Was tun, wenn der Fadenspannungsregler nicht funktioniert? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie man einen sanfteren Nähstart einrichtet Untertitelung des ZDF, 2020 Eine einfache Reparatur der Nähmaschine, wenn diese einen engen Nähschub hat oder komplett klemmt Untertitelung des ZDF, 2020 Nähtipp, wie stellt man die Unterfadenspannung ein? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und lockeren Stoffen auf einer Nähmaschine Untertitelung des ZDF, 2020 Einstellen der Mittelnadel in der Stichplatte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.